Du Ich spür, da ist etwas in mir, etwas von ihm und nicht von dir. Kannst du mir verzeihen? Und er fragt sie leis, wie konnte das passieren? Hast du je daran gedacht, wie weh das tut? Sag, wie kannst du unser Glück riskieren? Wie fühlt man sich dabei? Dich für meinen Teil, ich war dir immer traurig. Du Sag, zieh und flüstert dieses Wort. Wenn du es willst, mach ich es fort. Dann lass uns neu beginnen. Wer gibt uns die Macht, zu sagen nein? Du Sag, zieh und streichelt seine Hand. Ich komme fast um den Verstand. Wenn ich daran nur denke. Wenn du mir hilfst, wird es schon gehen. Und wenn wir zueinander stehen, nimmt es ein gutes Ende. Und sie spürt die Wärme seiner Hände.